Mein Name ist Henrik Diekmann. Ich bin Landwirt und bewirtschafte einen 130 Hektar großen Ackerbaubetrieb. Diesen bewirtschafte ich inzwischen in der fünften Generation. Ich erfahre Unterstützung durch meine Kinder und meinen Onkel. Ich bin von Kindheit an auf diesem Betrieb aufgewachsen, habe mitgeholfen, habe alles miterlebt. Für mich ist es ein Stück weit Herzblut. Seit ich den Betrieb von meinem Vater übernommen habe, habe ich im Prinzip alle Maschinen schon einmal ausgetauscht. Heute arbeiten wir mit GPS-gesteuerten Treckern, mit Pflanzenschutz, Spritzen, die Teilflächen spezifisch arbeiten können. Auf diese Weise können wir präzise und nachhaltig arbeiten. Was ich an meinem Beruf so schätze, ist die Unabhängigkeit, die ich habe, die Vielfältigkeit der Arbeiten, die ich erledigen muss und ich produziere wichtige Lebensmittel. Mir ist es wichtig, nachhaltig und gesund zu produzieren. Nur so ist sichergestellt, dass der Betrieb auch der nächsten Generation erhalten bleibt.